Ah, nom 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 nom. Ah, das stimmt. Wurm. Mit meinem Haribo, ne? Wird jetzt auch wieder zugemacht. Wohlgemerkt, nachdem ich drei Teile gegessen habe. Morgen werde ich mit meinem neuen Fahrrad gleich erstmal Geld holen und ein bisschen einkaufen. Sonst habe ich es ja mal mit der Bahn gemacht. Mhm. Ich bin grad voll auf... Weide nicht. Da kommen auch so alte Gefühle wieder hoch, so die... die ich nicht mehr hatte. Die so dieses, 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 ah ja, so ein bisschen das Gefühl von Freiheit und Dings beschreiben. Schwierig zu erklären, aber... Oder ist die Flagge? Nein, nicht vorne. Ja. Und das ist aber da hinten, ja. Da lauf' ich jetzt nicht. Da lauf' ich mit Sicherheit jetzt nicht hin. Da, wo alle Gegner auf... Das sind 40.000 und halb sind. Mhm. Ach, die Sau. Nur die anderen beiden wurden nach vorne. Da geht drauf. Boah, der bombt nicht zu. Oh Gott. Das ist ne andere Idiot gewesen, ne? Ja, ja. Ich hab' keinen Leere. Ja, ja, ich hab' Oh, okay, Gott. Dann... Oh, jetzt hab' ich mich verdrückt. Okay, der andere Idiot davor, ne? Oh, krieg' ich hier auf die Frise? Ja, wer wegrennen wollte... Äh, wo ist der denn? Mach da! Ja. Hey, Primo's angramm. Ich muss zum Turm. Ja. Ja. Ey, der ist gefroren und wirft' die Granate. What? Ah, der kann er. Ja. Guck mal, ey, ey, genau. Wer kann, der kann, ne? Zu blöd. Boah, sag mal. Was geht aber los hier, ey? Ich will jetzt doch mal einen damit töten, ey. Oh, mein Schweinfall. Ja, glaub' ich echt, ey. Die Schütze nicht selber kaputt machen können, ne? Das hab' ich mir auch schon so manches Mal gedacht, ey. Der ist der Fimmelkönig wieder da hinten, ne? Oh. Ja. Voll halt runter. Oh, ey, irgendwie muss ich mit dem Turresammler noch mal ein bisschen üben, ey. Alter, ey. Treffen wir nicht weg. Ja. So sieht das aus. Treffen wäre nicht schlecht. Oh, Petsack! Also zumindest vom Vorteil wäre. Guck' noch mal ganz kurz. Ich hab leider keinen Nachkampf. Das hast du nicht. Ja, Nachkampf, dass die immer wieder gefroren werden. Ey, da brauchst du ja nicht jeden Nachkampf. Das ist scheißegal. Das geht doch nicht rein. Ja, ich will jetzt nicht den Nade. Ich will nicht den Nade. Ach so, das meinst du. Ja, ja, okay, gut. Jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Ja, gut, ich hab 22er Nachkampf. Alter, wenn ich einmal Nachkampf benutze und dauert es erstmal eine Stunde, bis wieder da ist, ey. Na? Oh! Na jetzt. Huh! Oh Gott! Oh Gott! Halt mich die. Halt mich die. Halt mich die. Halt mich die. Das ist kaputt. Oh ne? Oh, das ist so viel heavy, ey. Okay, ne? Fünf hab ich jetzt noch. Ich hab ja eh nur acht, zwei. Ich krieg immer so viel heavy, deswegen hab ich gedacht, ich raue jetzt mal ein bisschen mehr raus, ey. Aber meistens ist ja so ne, genau dann, wende dann mal was ab. raushaust dann kriegst du nämlich nichts mehr dann ist feierabend kriegst du mal nur heavy wenn der heavy hast du gar nichts mehr hast hast pech gehabt sonst vorbei ist ist vorbei richtig oh akku ist fast das war schon wieder und noch mal heavy alter ich habe da vier eins zwei drei vier paket einfach nur lächerlich da müsste ich eigentlich mal ein ding von machen screenshot jetzt lasse ich drei noch wieder eure sanate lande ja ich meine hirn ja ja hier ja 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 ich geh auf den antie barriere gerade ja 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 Alter, komm hier, fickt dich, da kriegst du noch einen drauf, Alter, meh, scheißegal, ich hab's dicke, ey. Muss ich aufpassen, dass ich nur den einsammle? Jawoll, okay. Da traue ich mich nicht auf, wenn ich nicht so mein Leben hab. Warte, es ist noch nicht ein Längen. Juff, null Heavy for me. Ich will noch mal einen Heavy-Paket mitnehmen. Eric, die hat alle unsere Heavy. Ich glaub's auch lang, Alter, ohne Scheiße. Vier Heavy-Pakete, zwei hab ich jetzt schon verbraucht, zwei hab ich noch liegen. Gut gemacht, Captain. Kip den, kip den, kip den. Oh, die sind aber auch immer so schnell da raus, ne, diese kleinen Nudelböcke. Was ist das dicke diesmal? Bleibt der denn jetzt? Oh, da kommt er angeflogen. Ah wie krass sie denn. Oh, let me Francis. Ja, das ist gut. ok oder Ja, dann stoppen wir. Wir stehen sehr nah beieinander gerade, ja. Ich kann da noch nicht mithelfen, ne? Ich hab genug. Jetzt muss ich weg. Ach, komm. Dann sterbe ich. Ich hab ihn nochmal aufgekriegt in der Barriere. Ja. Ich schieße mit drauf. Und sterbe. Ich bin auch One-Shots weg, sonst... Ja, genau das. Oh, noch mehr. Das ist ein Ulti. Ulti mit der Klinik, da sind immer so viele Ads. Einmal ein, frieren und dann wieder belegen. Siehst du, Galaxy? Ich hab schon, ja, ja. Ich hab schon längst. Oh, ich bin gestuckt. Oh, aber das hab ich jetzt überlebt, ausnahmsweise mal. Versteh ich nicht, ja. Hey. Ich war hinterm Stein, er sieht mich nicht mal. Also, ich bitte dich. Ich hab nicht einmal auf den Idioten geschaffen. Die Kacke. Na, obwohl. Doch. Könntest du eigentlich wollen. Ja, ich lenke ja hier die ganzen Fickheads und alle auf mich. Die sind noch. Oh, du mehr. Oh, du mehr. Hey. Fuck you. Aber wie schnell. Ja. Das ist nicht normal. Weil wir den irgendwie nicht brechen, weil er dann irgendwie eingefroren ist und irgendwie geht es sich dann um die DEF nicht. Haben wir. Haben wir jetzt noch den? Ja. Ja, das ist doch noch aus. Ich hab nur noch 5 Anarchie, ne? Weil hier gar nichts ist. Ja, ich hab alles. Die Heavy sammle ich jetzt auch noch nicht ein, weil ich noch ganz viel Paket bin. Ja. Jetzt komm nochmal. Oh, die hab ich jetzt vergessen. Ach, scheiße. Hab ich halt auch noch das Gefühl mit der Nader. Oh, wie die aber auch. Oh, ein. Hattings mehr hier. Komm. Gibt's nichts mehr hier. Jetzt komm erstmal ein. Negative. Vicky. Vicky. Raditati. Wasch. Bucky. Haben wir den gesamten One bisher nicht. Eine Heavy. Ja, ich hab hier schon wieder zwei Pakete jetzt. Ist doch lächerlich. Achtung. Der Idiot in der Mitte. Da ist noch eins und da ist noch eins. Ja. Dann machen wir den Diffel-Fammler hier. Warum bitte? Ah, ich kann dich ja auch easy mit Primär weghauen, oder? Ich muss ja gar keine Heavy für benutzen, oder? Ah, ist egal. Wenn ich's hab, ich kann's ja eh nicht mehr mitnehmen, wenn ich dann weiter muss und voll bin dann. Oh, da liegt Heavy. Oh. Oh. Dankeschön. Bungie. Erbarmen. Oder so. Ach, wenn der Koloss guckt links an der Seite. Ja. Hat mich auch schon direkt wieder ins Aim genommen, ne? Ja. Da ist er, der Hühnerschräger. Kannst du eine Granate für mich, weil Blutlein am Penis vormum egal ist. Oh, wo häng ich denn hier? Nein. Doch. Nein. Das ist ein. 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 Ein kleiner Protter. So. Das ist ein. aber hier sind gar keine gegner mehr in der zeit hey über blaue schleife juhu naja dann hol ich erstmal meine heavy noch von hinten wer holt seine heavy noch von hinten hm ja ich wollte unbedingt nach dem sein leeres schild da frage ich mich eher warum du nicht drauf geschossen hast du in der nase gepopelt während ich und schwänge gekämpft haben nee ich hab doch gerade gesagt ich hole erstmal heavy die andere die da hinten sagten ich konnte ja nicht wissen dass nochmal heavy droppt deswegen auch schon zweimal verkackt weil herr galaxy die ganze zeit zu heavy geil ist ja natürlich ich kann euch gerade nicht bei der platte helfen ich muss es mal heavy holen richtig richtig ich hab jetzt alles in Ordnung ja genau euch ist dabei ich hab ein und zählt schuss ja vielleicht auch ein boss geballert eine rakete Nicht auf Kragen, auf die anderen. Ja, ey. Ich wär auch schon wieder fast gestorben, Alter. Das ist so kackendreiß, ne? Ja. Warte mal, hab ich das Ding auch gar nicht gehört, wo scheinbar direkt an meinem Ohrläppchen vorbeigezogen ist, oder? Der macht ne Bewegung nach links, ich geh mit den Aimen weiter nach links und dann hört er auf, ne? In dem Moment, wo ich schieße. Ja, ey, das ist auch echt, das ist ganz schwer, den zu treffen, Alter. Oh. Gegenkommen. Gegenkommen. Oh, dann verpisst er sich, Alter. Das ist ein Nazi, ne? Das ist echt nicht mehr normal. Das ist gerade relativ leer, falls irgendjemand noch was braucht. Ja, ich bin nicht mehr auf den Weg. Ich bin nicht mehr auf den Weg, aber... Doch, doch da hinten, aber... Na ja. Wir fahren jetzt alle wieder. Und jetzt könnte ich trennen. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. es gefroren und weicht aus mir gerade original gefroren einer nicht geschmissen und ich habe es auf der aufnahme drauf du hast du hier guter macht du ich mache auch granate erst an der mattholik schlechter wobei das was wir sammeln ich habe hier erstmal schnell wegkriegen aber her wie gekriegt das kohle schon hier alles gut und links irgendwo denkt du die ein bisschen dahinten auf deiner flüge ab ich habe meine nade versaut wollte so eine mitte zu viel zu viel zu viel zu viel ich habe keine ahnung wo ich hinkommen soll ich habe noch keine neld ich bin noch mal drauf ich bin noch mal drauf wäre die weg du weg du weg ich bin ja fast fertig gewesen vom sound her zumindest schnell zwar bei mir jetzt der will mich doch vorsicht gelieckte das ist schon gut der schnitzer kommen paar hunde jetzt habe ich natürlich krank sonst nicht so aber wir warten jetzt mal ab kann doch nicht drauf klein das wäre schon ein paar dinger wieder zu wenn die überhaupt nicht zu gelieck werden und dann müssen wir halt alle drei ich habe jetzt ein zwei schnitzel weg gemacht aber mit wir kommen wir wieder ein aus der dann halte damit er geht aber auch keine special mehr gerade der schnitzel weg kommt halt jetzt zu mir kann gerade noch nicht kurzen moment weil davon hat man sie genug hey kommen keine chance du musst du musst gleich mit rüberkommen kommen da ist keiner recht welt ein einziger kommt noch nicht ganz ein schnitzel wieder jetzt können es gehen und du mal zurück ja du hast eine rocket dann machen wir die leeren dinger weg nee habe ich nicht mehr aaa ich sterbe ist gleich ist gleich ich habe noch eine granate hingeworfen aber ach so ein idiot kommt leere ich bin noch mal tot aber ich müsste aufpassen da kommt eine riesen horde gerade ich schieße mich jetzt einfach mal leer weil da liegt durch die sonde und zwar heavy schnitzel hier hinten sogar er portet sich fast vor meiner nase kommt und zwar noch mal den aufzumachen hier war mein letzter dinger neuer die kommen hier sowieso immer und unendlich das ist ja die schade ja aber das ja gerade jetzt kommen muss man ganz kurz da hat man nicht durchschnaufen das ist von einem so das augenlieb zuckte damals war häufig aber jetzt ja ich kenne das tatsächlich das ist voll eklig dann schieße ich mal 100 freihand moni raus aber da geht es dauert ja nicht lange ne oder nächste jetzt noch sieben in der szene oder damit kriege ich hier nicht da und dann warte ich lieber ob man vielleicht ja wenn ich die dann dürfen dann oder so drauf können ja ich mache schon die ganze zeit ich komme umgekriegt ich hänge am ring oder doch ich habe ihn getroffen ja jetzt habe ich auf jeden fall ich warte mal Oh, sieben Schuss. Ja, hier ist es drauf. Ja, ich bin auch wieder drauf. Okay, dann werden wir nochmal. Ja, das hört man aber schaffen. Ja, ich bin jetzt hier relativ safe. Irgendwie funktioniert Martin als gut. Bye bye. Oh, dies macht ich keine. Ah, gab es eine. Ich habe keine, weil ich so viel Heavy gekriegt habe. Nee. Ja, selber schon. Guck mal, und da, wo Kragen die ganze Zeit rumtanzt, da liegt er die ganze Zeit. Ja, ja, da liegt so viel Dings, Alter, bei mir auch, ey. Ich hatte das vorhin im Raid, da habe ich die letzte Harpie aus dem Himmel weggeschossen, aber man sehe das Heavy Package am Arsch der Welt in den Abgrund fliegen. Ja, da müssten sie ja auch was machen, dass die Sachen irgendwie wieder hochspawnen oder sowas, ja. Normalerweise müssten sie das so machen, dass der Heavy Drop, der kommt, dass...